Musik Guten Abend, ich bin Alberto Ferravese. Ich zeige euch, wie eine gute Weihnachtskranz vorbereitet wird. Musik Eine gute Gans erkennen wir, wenn man weiß, wo sie gelebt hat und wie die Fiederung über die ganze Zeit war. Wenn man die Gans nimmt und schön fest ist am Fleisch, dann ist es okay. Musik Musik Die Gans wird mit Salz und Pfeffer gänzend fit und Grappa massiert. Da kommt mit dieser Marinade drei, vier Tage in Kiel aus, bevor sie in den Backofen kommt. Nach drei, vier Tagen wird die Gans genommen, in den Backofen reingeschoben, 200 Grad. Nach einer Stunde wird die Gans übergroßen, da wird das Fett weggemacht und dann eine Stunde Ruhe lassen im Backofen. In dieser Stunde kann man die Beilage vorbereiten. Musik Als Beilage gibt es frischer Rottkohl, Knödel mit mellischen Kartoffeln, Kastanien und Nitzel. Musik Eine gute Gänsebratensoße wird von der Gans genommen, Halsfliegen, Rotwein und da wird eine gute Stunde koken lassen und reduziert. Musik Nach einer Stunde Ruhe wird die Gans rausgenommen, die Keule kontrolliert, dass sie schon weich sind, wieder reingeschoben und eine gute halbe Stunde noch bei 180 Grad bleiben lassen. Musik So, wenn die ganze Knusprige ist, wird die Gans genommen und filetiert. Da werden die Fliegen rausgeschnitten, die Keule und die Brüste einmal links, einmal rechts und runtergeschoben. Und das ist es jetzt. Musik Ich wünsche euch einen guten Appetit und frohe Weihnachten und Bon Natalio, euer Alberto. Musik 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 Musik